Das war der Matchball, die Revanche im Linkspiel hat Köln in 32.9, heute Simon Merzlitz. Allerdings, der Punkt bringt mich viel, denn auf der anderen Seite hat Piotr Fedidow bereits den sechsten Punkt für Hildbultstein gemacht und mehr als sechs braucht man nicht. Somit Endstand, 6 zu 2 vom Außenseiter Hildbultstein gegen den vermutlichen Aufsteiger in die erste Bundesliga. B4B, 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 sorry, sorry, sorry. B4B, das muss!